hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge fit the beast mit dem zu hallo hallo so und der lutscher hat immer noch seine tage also bist du ja der einzige der hier seit Tati hat mich so du bist voll um abbluten Schäuze aber es war zum abbluten bis noch einmal so eine scheiße nicht konzentrieren ich fühle mich schon mal hier Lenni die Leit wissen denn in mir aber das macht sie ihn so es kommt hier nicht fest in dort wurde ab die Karte immer auf ja was ja gekonnt das ist jetzt noch mal Fulbright Polvorei ja ja so wollte ich eigentlich alle ursprüngliche Platz ist und wird unser erstes erst dass wir ein Kumpel die Tink war als Lied sieht am Spiel um das Haus erheben wir schlafen gehen wir zusammen ins Doppelbett eigentlich wie es haben wir überall bei uns und jetzt geht es Doppelbettel weil wir behindert sind weil du behindert bist weil ja ich hab's nicht gebraucht ja ich auch nicht ja er hat es dann gebaut du wir wissen alles ein da für das ist beleidigend in Schweden gegenüber die verstehen uns eh nicht sei die da nicht mal nicht so sicher doch hier an Schwede versteht dann schreibt es in die Kommentare ja vor allem scheint gleich auf die Schwede bei uns zu ja ja gut niemand hat dann die Videos von dem her ja doch kennst du da ein ja das bist du und ich und ich schaue deine Videos ja aber du kennst einen der meine Videos schaut ja ja alter nimmer den ganzen Müll hier aus der Kiste zu also wir machen Recycler ist auch wieder so ist auch so überteuert ja ich weiß es nicht schaue ich selbst nach nein ist der teuer wir sind noch mal vor Kompressor aber wir sind noch mal vorher es gibt ein automatisches was geht alles automatisch dann baut ihr so ein paar wir haben zu wenig Red Sea und kein Strom wieso nicht? weil wir kannst jetzt haben wir wieder Strom und Kohle aber auch selbst ein Stück Holzkohle ist jeder so kommt ein bisschen zu ziehen und Gold äh wie sieht's hier oben aus so vom Ding her äh äh what was ist what was was alter 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 was alter gleich jetzt schau mal da ein Pulverizer und jetzt auf das grüne Zeug einfach mal u drücken ja siehst du was man mit dem machen kann alter aber was was ist fe force energy alter alter aber junge geh mal weiter man kann es für den Messfabricator brauchen ja ich glaube nicht dass man das brennen kann und es gibt sehr viel von einem Stück acht aber jetzt auch noch drinnen wo ja toll alter im Ofen ja ja doch aufs Haus unsere Pumpe ist so langsam wir könnten Standpunkt jetzt noch die Gelsfläche oder zu eine zweite das reicht schon das ist das ist kacke hat es gegeben so und jetzt räum mal diese kack chest aus da drüben unsere wertvollen chest und nimm den ganzen müll raus nicht die hier im haus so pfeile brauchen wir nicht das ist essen bücher auch zogen wie hirn im stein der medium stein ja herren flasche ja drinnen lassen das machen wir das pflaster stein saune treppen druckplatten eichenholz gummi gummi kannst du drinnen lassen gummi kannst du drinnen lassen aber einfach gummi holz nicht das kommt raus warte aus das war wieder das das ist wenigstens und das den ganzen Müll kannst du hier draußen in die Kiste packen ich habe auch noch Müll im Inventar mit Schleimbälle und so Nickel ich hab ich hab wir haben ich hab mich so vor darfst äh das gibt es so ein Nebenprodukt das ist wertvoll ja kein ja nicht wirklich Glas brauchen wir auch nichts hier drinnen nee ja wobei ja nee und von diesen Quarse Crystals diese blauen und kurzen Dinger die kannst du drinnen lassen diesen Wertvoll aber alles was du so spitzhacken oder so kannst du auch in die chest hier drüben packen die gerade offen ist ja und wir brauchen irgendeine andere Stromquelle in unserem Generator irgendwas Hauptsache von Zinn ist das Nebenprodukt Eisendast ja ich weiß ja heilige Scheiße Alter und ich hab mein ganzes Inventar voller Staub muss sagen das ist nicht so toll so gut also was kann man jetzt mit diesem Silberwut machen ja du kannst Holzkohle machen Holzkohle du kannst du Silberwut Planks machen sind die schöner ja ey hast du ein Setzling von denen nein was ja Junge das ist nicht schön ich glaube man gehört dass Setzlinge von denen sehr selten sind aha ja 17 Liter für Antwort was Alter es ist einfach zu teuer Junge du könntest sonst mal zu Turtle gehen und dort mal ein bisschen abbauen wo ist nicht immer nur ich äh du musst in deinem Gang ganz nach unten und irgendwo siehst du dann sind zum Kackgang der aussieht den Turtle Gang und den leuchst du ganz nach hinten und dort zu hinterst dann noch links aha ach so noch nicht die Tochter für mich oder muss keine neue Möge äh du musst deine neue Möge ich hab selbst auch nur eine du tun zu äh du musst du äh diese Wien auch endlich fertig so jetzt geht es in die Mine ja viel Spaß wünsch ich dir da r ja r h da 20 nachher also ich das ist schon mit und jetzt einfach ganz nach hinten und ich habe dort habe ich schon alles abgewagte musste nicht mehr schauen und dann zu hinterst musst du den Gang links nehmen zu hinterst hinten rennen eine ewigkeit lang jetzt sehe ich deinem tag nicht mehr muss links ja du solltest sehen wo sie weitergefahren ist und so da muss ich abbauen oder dann ist wieder frisch wenn du siehst einfach entleeren und wenn cobblestone trainer ist den einfach auf den boden schmeißen die sammeln den nicht wieder auf weil kabel ist dort ich meine was willst du kommst er passiert ist wenn er sie einfach lehre oder poste du darfst einfach nicht in sie hinein stehen sonst aluminium alter das dorf hier ist irgendwie so geil weiß auch nicht aber macht spaß monazid was braucht man das ein mitnimmt monazid ist so grün oder ja es gibt eben dieses grüne Zeugs da wo man die kristalle machen Nikolai Hauptsache in Villager steht unten in unserer Anlage sich die Töten 17 Hühnchen für einen Smaragd H.D. soll ich den töten nein ah jetzt geht er raus kommt die Arten ist nicht in unserer Natur eigentlich schon aber du kennst mich ganz sehr friedlich kommen in der auf jeden Fall habe ich hier noch nie jemand friedlich ist fest gesehen als dich ja nicht so ja das ist bestreiten ganz sicher nicht ich gehe jetzt mal ein bisschen bienen sammeln weil ich habe hier einen Rucksack und so ja das kann nicht mal spaß haben und du darfst mal das ernste machen ja wobei so meinig macht irgendwie auch noch spaß oder ja vielleicht hat sie hat sie noch fackeln unten rechts ja wie viele 52 in den Tafel hast du es gelehrt also und jetzt gibst du ein strip und strip groß aus st also das t das s groß und alles andere klein strip und dann kein Abstand einfach enter und dann startet sie wieder also hinter angeben oder hinter drücken hinter drücken ja hinter eingeben läuft sie wieder ja aber es hat sie wieder die richtung geändert ja das ist ja kein problem macht sie einfach wegpunkt aus dem wegpunkt ja wo dass sie links oder rechts abgebogen ist halt er auch hier ist nach wegpunkt und jetzt schreibst du die törtl oder so Tuch Tülle fürchtlich 4 Stadler hat er noch nicht so aus der Füge oben heute können wir eigentlich schlafen oder ja wenn zu uns und und bei der Köln ist das ich habe Apathit gefunden schön alter gibt es viel von dem ich habe jetzt den blöcke abgebaut und hat ins deck oder ein einzig schön hier noch uran so jungen danach noch eine folge oder dann muss ich die schule arbeiten wieder oben ja okay ich komme zurück also aber die ist im fall gar nicht weggekommen ja der kann ich viel drin gehabt nicht kaputt und zuerst auf dem boden gewohnt junge zwei zombies koppelstern hast du den boden getan haben wir genauen zu wenig drin diesen enderman hier bei mir oder töten mich weil es lag wo bist du ja irgendwo keine ahnung das weiß ich beim vulkan irgendwo beim großen vulkan der richtung nicht in richtung das ist das war 9 so flieger gehen die luft wo zum wie hier hat es laba hier können wir laba holen für den generator schön das ist jetzt überall wien häuser wie sieht es das ist aber geil junge imker rucksack hast du ihn häuser ab ausgehen sie oder geht alles direkt im rucksack jungen aus ganz singen so ehrlich sagen der der kopf noch zu lange mach oberklocker abfällt oder machen induction fernis ich habe eine tapfere prinzessin bekommt wo auch eigentlich mehr kohle doch noch mal kohle nehmen kannst du uns an ich hatte so ist bei mir vorlesen Mann und klopfen ab sind so Idioten die die ganze Zeit klopfen wo hoch sitzt er dann bis dort zum wie und klopft er dann ja an der Tür wahrscheinlich könnte ich mir nur vorstellen schön zum kopf alter hat sich jede von dem zombie geschlagen hat noch vier herzen m schön fliegt für alle rieber und tot ist bei einem Fallschaden gestorben der Krieg so und 16 Minuten also Leute wenn ich diese Folge gefallen hat würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder der ersten Post und die haben achts gut bis dann Ciao!